Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute eingeschalten habt. Heute habe ich einen 15 Minuten Alltags-Make-Up-Look für euch. Und so zeige ich euch heute einfach alle Schritte, die ich auch sonst mache, wenn ich mich für den Alltag schminke, also falls ich mich schminke. Und ich finde, das ist eigentlich ein relativ simpler Make-Up-Look, also auch sehr gut für Make-Up-Anfänger geeignet. Und das Beste ist, ich verwende nur Drogerie-Produkte, das heißt, es wird auch schlussendlich ein sehr, sehr günstiger Make-Up-Look werden. Also, falls ihr wissen möchtet, wie mein 15 Minuten Alltags-Make-Up aussieht, dann bleibt es gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. So, als allererstes, ganz, ganz wichtig, mal die Haare zurückgeben, sonst landet wirklich so viel Make-Up in meinen Haaren. Okay, ich habe das jetzt so verkehrt auf, aber egal. Und ich beginne jetzt mal beim Primer. Und zwar nehme ich hier den Catrice Tensational Primer. Den habe ich, glaube ich, so vor ein, zwei Monaten entdeckt und ich mag den eigentlich richtig gern. Also, der zaubert immer so einen schönen Glow noch zusätzlich in die Foundation und ich mag das Ergebnis. Also, da bekommt man echt so eine schöne Base. Also, ich finde, der ist eigentlich auch so eine schöne Ergänzung, wenn man keine Foundation trägt, weil der minimiert Poren eigentlich ganz gut und lässt das Gesicht auch so schön natürlich strahlen. Also, ich mag den echt gerne und vor allem riecht der auch so sehr, sehr zart und angenehm. Und dann geht es auch schon weiter mit Foundation. Und zwar nehme ich heute zwei. Also, eigentlich verwende ich immer nur eine Foundation, aber ich habe derzeit keine, die farbig passen würde. Deswegen mische ich die zwei hier. Und zwar habe ich hier die Fit Me Foundation und die True Skin Foundation. Die Fit Me Foundation ist in der Farbe 125 und die True Skin Foundation in der Farbe 010. Also, die Farbe ist definitiv viel zu hell. Die ist wieder viel zu dunkel. Aber ich finde, so in Kombination ergänzen sich die sowohl farblich als auch ergebnisstechnisch eigentlich, weil die ist leider ein bisschen zu trocken, also zu matt eigentlich momentan, weil mein Gesicht extrem trocken ist. Und die Maybelline Foundation ist dann doch ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, eigentlich sehr glowy und dewy. Und also so ein bisschen davon lässt auch die andere Foundation sehr, sehr gut erscheinen. Selbst wenn ich extrem trockene Haut habe. So. Und ich verblende das Ganze jetzt einfach mit meinem heiß geliebten Beauty-Schwämpchen. Das ist von Real Techniques und ich habe das so lange nicht gemocht, bis ich dann endlich herausgefunden habe, dass das eigentlich nicht an der Foundation, also, nicht an der, dass das nicht am Schwämpchen liegt, sondern eigentlich an der Foundation, die ich immer in Kombination damit verwendet habe. Und seither ist das wirklich so circa das einzige Schwämpchen, das ich eigentlich verwende, um meine Foundation zu verblenden. Vor allem, das geht richtig schnell und das Ergebnis sieht sehr, sehr natürlich aus und streifenfrei und ich mag das. So farbtechnisch, glaube ich, passt diese Kombination jetzt eigentlich ganz gut. Und natürlich brauche ich jetzt etwas, um meine Augenschatten abzudecken und dann nehme ich meinen neu entdeckten alten Concealer. Und zwar ist das der Infallible Concealer von L'Oreal. Der ist in der Farbe 327. Den habe ich jetzt schon etwas länger, aber ich habe den sehr, sehr selten verwendet, also überhaupt letztes Jahr. Und dieses Jahr habe ich den mal wiedergefunden. Ich muss sagen, der Concealer ist richtig gut, also sehr schön deckend. Vor allem, der eignet sich auch eigentlich für die meisten Concealer sehr gut als Lidschattenprimer. Keine Angst, ich werde heute keine Lidschatten verwenden. Also ich finde, Lidschatten und Alltagsmakeup-Look passt bei mir irgendwie nicht so zusammen. Also ich brauche jetzt nicht sehr lange, um Lidschatten aufzutragen und zu verblenden. Aber ich finde, das ist eigentlich für so einen Alltagslook überhaupt nicht notwendig. Deswegen lasse ich den auch heute komplett weg. Und der Grund, warum ich den Concealer jetzt auch, also trotzdem, aufs Auge-Lid auftrage, ist einfach, ich habe sehr, sehr viele blaue und lila Äderchen, die man durchsieht. Und mit dem Concealer kann man das ganz gut quatschieren und dann einfach so ein einheitliches Bild schaffen. Habe ich den jetzt auch schon? Nein. Ich glaube nicht. Ich gebe da nämlich immer ganz gerne auch noch so ein bisschen was auf meine Stirn, meinen Nasenrücken und meinen Kinn. Also einfach, um das Gesicht so ein bisschen einheitlicher zu highlighten. Also damit nicht nur hier unter den Augen so ein bisschen hellere Stellen sind, sondern auch noch im restlichen Gesicht. Und damit der Concealer auch wirklich gut hält, verwende ich dieses Nude Illusion Powder von Catrice. Da ist leider nunmehr sehr, sehr wenig drinnen. Ich muss das da echt so ein bisschen mit Gewalt draus bringen. Das Problem ist, ich habe zwar noch ein paar andere lose Puder, also zwei, um genau zu sein. Nur das Problem ist, die funktionieren für mich leider überhaupt nicht. Das eine ist so ein bisschen zu trocken, überhaupt jetzt für die Winterzeit. Das andere trocknet zwar meine Haut nicht aus, nur kriecht das irgendwie so in meinem Fältchen, beziehungsweise hebt die Fältchen so extrem hervor. Definitiv nicht zu empfehlen. Aber das Puder finde ich wirklich gut, weil da fühlt sich die Haut, egal ob Sommer oder Winter, nie trocken an. Meine Haut sieht auch nicht trocken aus. Und vor allem, das ist auch das einzige Puder, bislang wo sich der Concealer dann nicht in meine Fältchen absetzt, beziehungsweise in meine Fältchen kriecht. Aber gut, dann mache ich auch mal weiter bei den Augen. Und wie versprochen, es gibt keine Lidschatten, ich werde auch keine verwenden. Aber ich habe in den letzten paar Monaten sehr, sehr gerne eigentlich zum Eyeliner gegriffen. Einfach so ein bisschen, um meinen Wimpernkranz zu verdichten. Und ich finde, das lässt einfach das Auge dann auch noch ein bisschen interessanter und größer wirken. Und heute verwende ich den NYX Epic Ink Liner. Das ist mein momentan liebster Eyeliner. Der hat so eine extrem präzise Spitze. Okay, also der Eyeliner ist jetzt ein bisschen dicker als ursprünglich geplant. Aber ich finde, das Ganze ist jetzt noch im Rahmen, ist jetzt nicht so tragisch. Also natürlich könnte man sich da jetzt auch noch so einen Wing ziehen. Finde ich auch sehr schön. Nur ich finde, es ist nicht unbedingt notwendig und meistens kostet das dann auch noch sehr viel Zeit. Vor allem, wenn man da noch nicht so geübt darin ist. Und ich finde das Ganze auch so sehr schön. Vor allem, wenn man dann noch zusätzlich Mascara aufträgt. Das ist immer ein großes, großes Must-Have. Also wenn ich sonst nichts auftrage, dann Mascara. Und derzeit verwende ich sehr gern die Air Volume Mascara. Es tut mir leid. Ich sehe, das ist da vorne immer irgendwie so dunkel. Aber ich weiß irgendwie nicht warum. Ich hoffe, man kann die Produkte trotzdem gut erkennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn war ich so ein bisschen skeptisch, was die Mascara betrifft. Weil ich fand, die trennt die Wimpern nicht so gut. Was eigentlich auch logisch ist, weil die ist eigentlich dafür gedacht, den Wimpern Volumen zu verleihen. Aber die Skepsis war wirklich vollkommen unberechtigt, weil je öfter ich diese Mascara verwende, desto besser finde ich die. Die Wimpern sehen wirklich immer richtig gut aus. Vor allem, wenn ich zwei Schichten davon auftrage. Und ja, eigentlich könnte ich theoretisch auch gleich meine untere Wimpern huschen, weil sonst trage ich da sowieso jetzt nichts mehr auf. Heute habe ich mir einer sehr guten Freundin telefoniert. Der habe ich auch diese Mascara empfohlen. Und sie ist ebenfalls super begeistert von der. Und mich freut sie immer extrem, weil Leute, denen ich Megaprodukte empfehle, die dann auch so gut finden, weil ich mir dann denke, yay, ich konnte denen helfen und sie mögen diese Produkte auch so gern wie ich. Also ja, das freut mich immer riesig. Ja, nur so ein kleiner Schwank am Rande. Die kleinen Dinge des Lebens. Ja, gut. Weiter geht's. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal bei den Augenbrauen weiter. Mittlerweile schaffe ich es, die relativ schnell zu schminken. Aber ich glaube, das hat sicher so ein gutes Jahr gedauert, bis ich mal da so den Dreh draußen hatte. Wobei ich muss dazu sagen, immer sehen sie auch nicht unbedingt gleich aus beziehungsweise schön. Aber ich gebe mein Bestes. Ah ja, apropos. Ich verwende heute dafür das, wie nennt sich das? Eyebrow Stylist Set von Essence. Finde ich sehr gut. Ist auch sehr preisgünstig. Und da hat man nämlich auch so einen kleinen Pinsel drinnen. Mit dem lässt sich das Produkt auch sehr gut auftragen. Und ich fülle damit wirklich nur so ein bisschen meine Augenbrauen auf. Also ich mache da nicht sehr viel Spektakuläres damit. Wobei ich muss gleich sagen, also von so Instagram Augenbrauen beziehungsweise so Braum, Mega Augenbrauen bin ich echt weit entfernt. Und für mehr habe ich auch eigentlich nicht Zeit in 15 Minuten, wenn ich ganz ehrlich bin. So, mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Und ich verwende dann eigentlich immer auch ganz gerne diesen Plump and Set Bra Artist. Also das ist einfach so ein Augenbrauengel. Und das verwende ich entweder alleine oder in Kombination mit diesem Puder. Einfach um die Härchen so ein bisschen zu fixieren. Und das spendet auch noch so ein bisschen Farbe. Sieht auch ganz alleine ohne Augenbrauenpuder eigentlich sehr schön aus. Also ich mag das Gel wirklich gerne, weil das kann man extrem leicht auftragen. Und die Härchen bewegen sich den ganzen Tag nicht. Also die sind wirklich gut fixiert. Und das Gute ist, die Augenbrauen sehen mit dem nicht so, ich weiß jetzt kein deutsches Wort dafür, so crispy aus. Also so extrem verklebt und ausgetrocknet. Sondern die sehen, finde ich, ganz natürlich aus. Ich zeige das einfach so schön in Form gekämmt. Und dann geht es auch schon weiter mit Bronzer. Und hier nehme ich den Catrice Sun Glow Bronzer beziehungsweise das Bronzing Powder. Der ist in der Farbe 030 Medium Bronze. Also der Farbton passt derzeit eigentlich ganz gut. Das ist wirklich so ein richtig schön günstiger Bronzer. Schön für den Sommer. Und der ist jetzt auch nicht so extrem übertrieben pigmentiert. Man kann ihn ganz gut auftragen. Und ich trage den jetzt einfach mal so großzügig auf. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Blush. Und zwar verwende ich hier die, äh, nicht Gliedschatten, die Blush Palette von Mrs. Bella. Und zwar nennt sich die Rosy. Und ich muss dazu sagen, Blush ist für mich so ein Produkt, das kann man auftragen, muss man aber nicht unbedingt. Weil ich finde, man könnte das Ganze zu lassen, durch den Process das Gesicht einfach so ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen konturiert. Und ich finde, Blush ist nicht unbedingt notwendig. Aber heute verwende ich es mal, weil es eigentlich auch nicht so lange dauert, um es aufzutragen. Und zwar nehme ich einfach hier diesen mittleren Ton. Und ich trage die wirklich in so pressenden, also pressen, wie nennt man das, in solche Bewegungen einfach auf. Also ich, ich wische das dann nicht so nach oben. Ich finde, das ist, ich weiß nicht, wirkt irgendwie unnatürlicher manchmal. Und da mache ich mal weiter mit meinem Lieblingsteil beim Make-up auftragen, nämlich dem Highlighter. Und bei mir ist wirklich so das Motto, manchmal weniger ist mehr. Also je glowiger, glowiger? Nennt man das so? Je mehr glowy der Highlighter ist, desto besser. Wobei ich sagen muss, also bei Alltagslooks mag ich es dann auch nicht zu extrem übertreiben, weil dann sieht das Ganze Make-up sehr natürlich aus und das Einzige, was so richtig heraussticht, ist einfach der Highlighter. Das ist sogar mir dann ein bisschen zu viel. Aber so ein schönes, dezentes Highlight, das kann auch beim Alltagslook eigentlich was. Und weil ich davor erwähnt habe, dass Blush eigentlich so optional eigentlich ist, Highlighter gehört auch dazu. Also Highlighter braucht man nicht unbedingt in seinem Leben, meiner Meinung nach. Natürlich, genauso wie das Blush, es macht das ganze Make-up ein bisschen frischer und schöner. Aber nichtsdestotrotz, ich verwende halt trotzdem ein bisschen Highlighter. Und zwar nehme ich halt diese Mrs. Bella Palette, die nennt sich Goldie. Und da nehme ich die Farbe, ja, ich werde halt die nehmen, nämlich die Farbe Glow. Also ihr seht, kostet jetzt auch nicht sonderlich viel Zeit. Und ich trage dann auch immer noch ganz gerne so ein bisschen Highlighter auf meine Nasenspitze auf, diesen, ich weiß noch immer nicht, wie das heißt, beziehungsweise wie man das nennt, diesen Nasenbogen, ein bisschen auf und dann auch so ein bisschen in der Mitte der Nase. Und ich nehme dann auch noch so ein bisschen Produkt auf meinen kleinen Finger und gebe das einfach so so in den Augeninnenwinkel. Das ist auch wieder wirklich so ein optionaler Schritt. Ich mache es eigentlich ganz gern, weil ich finde, das lässt das Auge ein bisschen wacher wirken und sieht eigentlich ganz schön aus. Und deswegen mache ich auch weiter mit dem Lippenprodukt. Und zwar verwende ich auch wieder von Mrs. Bella den Lip Gleam in der Farbe Golden Peach. Das sieht so aus. Und das ist wirklich so mein Go-To Lip Gloss beziehungsweise das Lippenprodukt einfach für den Alltag. Weil ich finde, das Lip Gloss sieht sehr natürlich aus, hat so einen leichten Schimmer drinnen und vor allem es riecht unglaublich gut und ist auch nicht zu klebrig, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn Lip Glosses so extrem klebrig sind und sich dann einfach bei dem leichtesten Windstoß die Haare darin verfangen und man dann das ganze Lip Gloss auf den Haaren hat. Sondern es ist wirklich sehr, sehr schön natürlich auch ein bisschen pflegend. So, das ist jetzt der finale 15 Minuten Make-Up Look. Ich finde es sehr, sehr alltagstauglich. Ich brauche dafür, wie gesagt, immer so zwischen 10 und 15 Minuten. Außer wenn ich mich ganz dämlich anstelle, kann es auch schon mal 20 Minuten dauern. Und ja Leute, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat beziehungsweise, dass euch auch der Make-Up Look gefällt. Falls es nicht so ist, gebt es doch dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert es auch sehr gerne an meinem Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt, wünsche, ja, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!